Was ist denn eigentlich bei den Direktbanken los? Also bei der ING, bei der DKB, Comdirect, Consors Bank und so weiter. Die wollen doch fast alle jetzt Gebühren für die Girocard. Und dann führen sie alle Debitkarten ein als neue Kreditkarten. Und dann überhaupt noch lauter Gebühren, Negativzinsen. Habt ihr noch einen Überblick darüber? Den wollen wir uns heute mal verschaffen. Und vor allen Dingen fragen, ist das der Anfang vom Ende der Girocard? Ich bin Saidi von Finanztip. Viel Spaß bei diesem Video. Heute geht es um unseren ganz alltäglichen Umgang mit Geld. Also mit der Frage, wo kriegen wir eigentlich unser Bargeld her? Wo heben wir das ab? Welche Karte benutzen wir dabei? Und welche Karte benutzen wir dann beim Bezahlen? Mit der Girocard zahlen wir oder schon mit der neuen Debitkarte, die ihr vielleicht schon bekommen habt oder doch mit der Kreditkarte oder eben schon mit dem Smartphone. Und anhand dieser Fragen könnt ihr schon erkennen, dieser ganze Payment-Bereich, der ist eigentlich um einiges komplizierter, obwohl er so alltäglich ist, als wir immer denken. Um da einen Überblick zu gewinnen, gehen wir erstmal die verschiedenen Kartentypen durch und was da eigentlich gerade im Hintergrund los ist. Also Girokarte, Debitkarte, Kreditkarte. Und anschließend gebe ich euch einen Überblick, was bei vier von den großen deutschen Direktbanken, also ING, DKB, Comdirect und der Konsensbank, was sich da gerade bei den Gebühren eigentlich ändert. Und wie viele Karten habt ihr so im Geldbeutel? Also bei mir sind es zum einen natürlich die klassische Girocard, von uns immer noch landläufig IC-Karte genannt. Dann meine relativ neue Debitkarte und natürlich eine meiner echten Kreditkarten. Und die wollen wir jetzt mal durchgehen. Also zunächst mal zur bei den Deutschen immer noch beliebtesten Karte, nämlich der Girocard, von uns immer noch IC-Karte genannt. Da ist übrigens hinten, zumindest bei mir hinten drauf, so ein Girocard-Zeichen, bei euch wahrscheinlich auch, und nicht mehr das alte IC-Kartenzeichen, wer das noch kennt. Und außerdem fährt ihr auf eurer Karte entweder ein Zeichen, wie bei mir hier, V-Pay finden oder Maestro. Was bedeutet das eigentlich? Naja, die Girocard ist ein Deutschsystem, ein System der deutschen Kreditwirtschaften und eigentlich dafür gedacht, in Deutschland nur zu funktionieren. Und V-Pay und Maestro, da kommen jetzt die beiden großen US-Kreditkartenkonzerne ins Spiel, nämlich Visa und Mastercard. V-Pay ist von Visa, Maestro von Mastercard und das sind zwei Systeme, die dafür sorgen, dass die Girocard auch international, also im Ausland, benutzt werden kann. Macht ja vielleicht der ein oder andere von euch irgendwie mal schnell in der Tankstelle, zum Beispiel in Österreich oder so, mit der Girocard bezahlen, obwohl das dann in aller Regel was kostet. Und wie gesagt, Maestro bzw. V-Pay sorgen eben dafür, dass ihr die dann auch im Ausland benutzen könnt. Dass da auf eurer Girocard V-Pay oder Maestro draufsteht, das nennt man übrigens Co-Branding und sorgt eben dafür, dass die Girocard über eines von beiden Systemen funktioniert. Übrigens, Maestro wird Mitte 2023 von Mastercard eingestellt. Warum das so ist und was dahinter steckt, da kommen wir gleich noch drauf. Die Girocard ist natürlich die in Deutschland am häufigsten akzeptierte Karte und beim Abheben und Bezahlen habt ihr damit in aller Regel zumindest kein Problem. Aber der Nachteil ist natürlich, wenn ihr bereits über Smartphone bezahlen wollt, also über Apple Pay oder Google Pay, da kann man in aller Regel eben keine Girocard einbinden. Ausnahme, die Girocard der Sparkassen. Die ist in Apple Pay einbindbar. So, in Abgrenzung zur Girocard gibt es jetzt eben bei vielen Direktbanken vor allen Dingen so eine Debitkarte hier. Was ist eine Debitkarte? Das ist eigentlich keine Kreditkarte, obwohl wir sie manchmal landläufig so nennen, sondern eine Debitkarte bucht den jeweiligen Betrag direkt, also sehr zeitnah, von eurem Girokonto ab. Ganz ähnlich, wie das die Girocard auch macht. Und deswegen ist es eigentlich nicht ganz korrekt zu unterscheiden zwischen Girocard und Debitkarten, denn auch eine Girocard ist tatsächlich formell gesehen eine Debitkarte. Aber um diese Unterscheidung hier zu machen, unterscheiden wir jetzt hier mit diesem Video zwischen Girokarten, Debitkarten und dann nachher echten Kreditkarten. Viele Direktbanken machen die Debitkarte jetzt zur sogenannten Top-of-the-Wallet-Karte, das heißt, zu der Karte, die in eurem Geldbeutel sozusagen ganz oben liegen soll und tatsächlich funktioniert mit der Debitkarte das Abheben, das Bezahlen in den meisten Fällen auch ganz gut. In den meisten Fällen. Denn wie ich schon gesagt habe, ist natürlich die Girocard häufiger in Deutschland akzeptiert als eine Kreditkarte. Wir haben dazu mal auf TripAdvisor in Deutschland ein bisschen rumgeschaut in den großen Städten und haben festgestellt, dass vor allen Dingen so kleineren Läden, typischerweise Restaurants, oftmals, wenn überhaupt eine Karte akzeptiert wird, tatsächlich nur eine Girocard akzeptiert wird. Das heißt, ihr habt durchaus vor allen Dingen beim Bezahlen mit der Debitkarte in manchen Fällen, nicht in den großen Läden, aber in den kleinen Läden ab und zu mal noch ein Problem und kommt da entweder um eine Girocard oder um Bargeld nicht drumherum. Und außerdem gibt es mit so einer Debitkarte noch ein anderes Problem, was ihr vielleicht schon mal gehört habt von mir in einem anderen Video, nämlich im Ausland. Immer dann, wenn ihr im Ausland etwas mieten wollt, also insbesondere ein Mietwagen oder auch ein Hotel, kann es Schwierigkeiten geben mit so einer Debitkarte. Warum? Weil dort eventuell nicht die entsprechende Kaution reserviert werden kann. Und dafür braucht ihr dann eben auch eine echte Kreditkarte, ob jetzt die hier oder eine andere von Finanztipp empfohlen. Also, wie schon erwähnt, führen mehrere große Direktbanken eben solche Debitkarten ein oder haben sie schon eingeführt und drängen so langsam die Girocard etwas in den Hintergrund beziehungsweise verlangen für die Girocard, wie wir gleich sehen werden, eben Gebühren. Und was steckt da jetzt eigentlich dahinter? Und da sind wieder Visa und Mastercard am Start. Tatsächlich geht es um nichts anderes, als um die Vorherrschaft auf dem deutschen Paymentmarkt. Das heißt, die beiden großen US-Kreditkartenkonzerne, Visa und Mastercard, die wollen eigentlich diesen Paymentmarkt quasi übernehmen und die Girocard ein Stück weit verdrängen und bieten deshalb tendenziell in gewisser Weise günstigere Konditionen für die Direktbanken an. Deswegen ist es für die Direktbanken gerade im Moment ein Stück weit attraktiver, eben über solche Debitkarten den Zahlungsverkehr zu lenken. Dieses ganze System oder dieser ganze Prozess schaut schon 2015 bei diversen Neobanken angefangen und hat jetzt seit letztem Jahr spätestens eben die großen Direktbanken, bei denen ja auch viele von euch sind, erfasst. Also, wenn auch ihr betroffen seid davon, dass jetzt eure Girocard jetzt dann irgendwann was kostet, dann habt ihr eigentlich die Wahl, nur noch euch aufs wirkliche Bargeld zurückzuziehen oder ihr zahlt eben die Gebühr für so eine Girocard, weil ihr nicht so richtig in Deutschland drumherum kommt. Natürlich ändert sich das jetzt gerade auch durch die Pandemie, dass immer häufiger Kreditkarten akzeptiert werden, aber eben bei weitem, gerade bei Kleinläden, wie wir gehört haben, noch nicht überall. Und letztendlich ist das wieder ein Stück ein Abschied vom kostenlosen Girokonto, denn letztendlich haben die Direktbanken natürlich damit auch wieder eine kleine Einnahmequelle gefunden, wenn nämlich ziemlich viele Leute wahrscheinlich die Gebühr für die Girocard bezahlen werden. Zum dritten Kartentyp, nämlich der echten Kreditkarte, nur wieder der Hinweis, letztendlich, vor allen Dingen, wenn ihr ins Ausland fahrt, kommt ihr nicht drumherum. Ihr solltet wahrscheinlich im Ausland immer eine echte Kreditkarte mit dabei haben und in aller Regel wird das mittlerweile auch eine Karte sein, die getrennt von eurem Girokonto, also bei einem anderen Anbieter ist. Die entsprechenden Empfehlungen von Finanztip verlinken wir euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Und der Hinweis, diese Kreditkarten sind in aller Regel dann Revolving Cards. Revolving Cards bedeutet, dass sie eigentlich den abgehobenen Betrag in Raten von eurem Konto abbuchen wollen und euch damit einen echten Kredit ausstellen, der natürlich ordentlich Zinsen kostet. Aber das Gute ist, bei einer modernen Kreditkarte habt ihr eine App dazu und da könnt ihr in der App in aller Regel einstellen oder im Online-Banking, dass ihr die Zahlung am Monatsende jeweils voll abbuchen wollt von eurem Girokonto und dann fallen auch keine Zinsen an. Also, wenn ihr euch so eine gute Kreditkarte holt, macht das. Da ist auch Zahlen in fremden Währungen, also nicht in Euro, dann und das Abheben weltweit kostenlos, aber vergesst nicht in der entsprechenden App oder im entsprechenden Banking diese Ratenzahlung abzuwählen. Also, dann gehen wir die Direktbank mal durch, die ING, die DKB, die Comdirect und gucken uns jeweils an, was sich für Neukunden beziehungsweise Bestandskunden geändert hat. Mittlerweile fast Standard bei fast allen Direktbanken ist es, dass man so ein Konto nicht mehr einfach als Zweitkonto ohne Geldeingang laufen lassen kann und dann erwarten kann, dass es kostenlos ist, sondern der Standard, der sich eingebürgert hat, sind eben wie hier bei der ING auch 700 Euro Geldeingang, dann kann man die 4,90 Euro Kontogebühren vermeiden. Das nur als eine Bedingung, zum Beispiel geht das auch kostenlos, das Konto für junge Leute. Das Neue bei der ING ist eben, dass die Girocard ab März nächsten Jahres 99 Cent im Monat kosten wird und zwar sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Und falls ihr bereits bei der ING seid, also Bestandskunde seid, dann hilft euch jetzt ein kürzliches Urteil des Bundesgerichtshofs. Das besagt nämlich, dass eine entsprechende Änderung der AGB ihr nicht einfach stillschweigend akzeptieren müsst, sondern eure aktive Zustimmung geben werden müssen. So, die Frage ist natürlich, was passiert, wenn ihr diese Zustimmung nicht gebt? Dann kann es natürlich sein, dass die Bank euch kündigt, euren Vertrag, euren Konto kündigt und dann könnt ihr natürlich woanders hin wechseln. Ob sie das tatsächlich tun werden, wird in vielen Fällen davon abhängen, wie wertvoll als Kunde ihr für die jeweilige Bank seid. Also zum Beispiel, ob ihr parallel dazu auch noch ein Depot führt, dann seid ihr natürlich tendenziell zum Beispiel ein wertvollerer Kunde, als wenn ihr da einfach nur so ein kleines Konto rumliegen habt, bei dem nicht viel passiert. Als neues Top-of-the-Wallet-Produkt, wie schon erwähnt, sieht die ING jetzt eben eine Visa-Debit-Karte vor, die quasi die Girocard ersetzen soll, oder ihr kauft euch eben die Girocard für grob 12 Euro im Jahr dazu. Und zusätzlich haben wir hier noch das Thema Negativzinsen aufgeführt. Die ING verlangt ab 50.000 Euro Kontostand je Konto 0,5, die üblichen 0,5% Negativzinsen. Je Konto bedeutet, ihr könnt 50.000 Euro theoretisch auf dem Girokonto und auf dem Tagesgeldkonto halten. Bei Bestandskunden, da ist es kundenabhängig, seit wann ihr schon Kunde von der ING seid, wie hoch da eure Freigrenze ist. Bei der DKB ist es so, dass es im eigenen Sinne noch keine Kontoführungsgebühren gibt. Die 700 Euro Geldeingang beziehen sich da lediglich darauf, dass wenn ihr unter 700 Euro bleibt, ihr Nachteile mit eurer Visa-Kreditkarte gehabt. Die eigentliche Neuerung bei der DKB ist eben, dass auch hier die Girocard für Neukunden jetzt 99 Cent seit 10. November kostet und auch nur auf Wunsch ausgeliefert wird. Wenn ihr bereits bei der DKB seid, Bestandskunden, da bleibt die Girocard bis auf weiteres erstmal kostenlos. Auch die DKB hat mittlerweile eine Visa-Debitkarte eingeführt und die alte Kreditkarte, die echte Visa-Kreditkarte, die ja so ein bisschen immer das Highlight vom DKB-Konto war, die kostet jetzt für Neukunden und für Bestandskunden 2,50 Euro im Monat, wobei für Bestandskunden die alte noch 10 Wochen lang kostenlos sein soll. Was die Negativzinsen angeht, hat die DKB für Neukunden die Grenze nochmal gesenkt auf 25.000 Euro. Wer mehr auf dem Konto rumliegen hat, zahlt eben die berühmten 0,5% Strafzinsen. Wenn ihr bereits DKB-Kunde seid, dann ist es individuell unterschiedlich, ob ihr und ab welcher Grenze ihr Negativzinsen bezahlt. Die Comdirect hat bekanntermaßen die Bedingungen, wann euer Konto kostenlos ist, besonders vielfältig oder man könnte auch sagen kompliziert gestaltet. Grundsätzlich gelten da auch die 700 Euro Mindestgeldeingang oder sagen wir mal, wenn ihr ein Depot bei der Comdirect aktiv benutzt oder Google Pay und Apple Pay aktiv benutzt, dann zahlt ihr nicht die 4,90 Euro monatliche Kontoführungsgebühren. Neukunden kriegen nur noch auf Wunsch eine Girocard von der Comdirect. Die ist aber weiterhin kostenlos und ebenso ist sie kostenlos für die Bestandskunden. Aber auch hier, wie ich gerade schon gezeigt habe, ist diese Karte hier, die neue Debitkarte, das Top-of-the-Wallet-Produkt. Die echte Visa-Kreditkarte bei der Comdirect kostet 1,90 Euro pro Monat, wobei natürlich als Bestandskunde ihr diesen 1,90 Euro zustimmen müsst. Und da stellt sich auch wieder die Frage, wenn ihr das nicht tut, ich habe es zum Beispiel nicht getan, was passiert dann? Behält euch die Bank oder wird sie euch kündigen? Bei den Negativzinsen liegt die übliche Grenze für Neukunden bei 50.000 Euro bei Comdirect und wenn ihr Bestandskunde seid, hängt es wieder davon ab, wie lang ihr schon bei der Comdirect seid. Auch bei der Consorsbank nahezu das gleiche Lied für Neukunden. Keine 700 Euro monatlichen Geldeingang aufweisen und 1 Euro für die Girocard bereits seit diesem Frühjahr. Für Bestandskunden ist das alles noch kostenlos. Und auch die Consorsbank setzt auf eine Visa-Debitkarte als neue Hauptkarte sozusagen. Highlight bei der Consorsbank könnte man noch sagen, die verlangt derzeit als eine der wenigen Banken noch überhaupt keine Negativzinsen. Soweit mal unser kleiner Überblick über die Welt der Direktbanken. Wahrscheinlich wird sich da im nächsten Jahr auch nochmal einiges tun, aber dann gibt es ein neues Update von mir. Frage an euch, wie ist das, könnt ihr bereits auf eure Girocard verzichten oder zahlt ihr tatsächlich schon Gebühren für eure Girocard und wo habt ihr die Erfahrung gemacht, wo habt ihr die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich nur eine Girocard akzeptiert wird und nicht eure Kreditkarte beziehungsweise Debitkarte. Schreibt das doch mal unten in die Kommentare und ansonsten wie immer freue ich mich über ein Like für dieses Video. Bis zum nächsten Mal, euer Seidi. es war einfach ein und es war einfach denn,